Ja hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen zurück nach einer kleinen Verschnaufpause auf meiner Seite. Für euch hat es ja wahrscheinlich wieder eine Woche gedauert, falls ich meinen Sendeplan nicht geändert habe. Es ist nach wie vor die und die letzten drei oder vier Folgen sind eine Aufnahmesession und die Jumpsequenz in der letzten Folge, die war zum gegen Mauern laufen. Es ist fürchterlich, aber wir sind jetzt... Do you ever think about our job? Don't start that again. I'm not. I'm just wondering if you ever feel bad. Yes, I feel bad all the time. I feel bad that no one seems to appreciate that we're slaving to provide the city with anima. And I feel bad that even a validated forgotling like you questions the purpose that Mars Tabonku gave you. There are so many other places we could work. Yes, I'm sure you want to clean streets, demolish buildings, or set up security mirrors. You know what I mean. I don't have a clue. And if I were you, I'd be careful with spreading that rebel talk around. I'm not rebel talking, I'm just thinking. Don't. It's better that way. Oh, die beiden macht ich vom Akzent her total gerne. I'm just thinking. Na dann. So, und wir? Wo geht's weiter? Ach, Anne. Stell dich nicht so doof. Das Problem ist, wir haben kein Anima mehr. Können wir da was absaugen? Da können wir was absaugen. Bloß nicht Mr. Weak absaugen. Okay. Und wir immer wie ein Gentleman hinter ihr krabbelt, wenn sie auf allen Vieren ist. So, ja, okay. Er hat's gehört, er hat's akzeptiert. Dankeschön, Mr. Weak. Wo bin ich? Wo will ich hin? Warum? Da bin ich. Ich hab's befürchtet. So. Mal irgendwelche Schalter hier drin. Das kann ja kein Problem sein. Und es ist eh ein super Job. Ich kann mal gegen die Wand laufen. Ja und, wohin jetzt? Ja und, wohin jetzt? Moment mal. Okay, da wird das mit der AK vollgeladen. Na, nimmer. Nee, AK. Aber ich seh jetzt nicht wirklich was, wo wir uns festklammern können. Wo müssen wir hin? Wir sind da oben definitiv nicht. Oje. Ich hab kein gutes Gefühl. Müssen wir die beiden da jetzt? Gut. Moment mal. Wir transferieren da Anima rein. Dann explodiert das vielleicht, wenn noch was dazu kommt. Der Plan aufgeht. So, jetzt kommt ein volles Rein. Oh. Ja, ich möchte aber da noch was mitnehmen. Schnell, 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 schnell. Lauf. Bevor die das wieder in Gang setzen. Achso, Leiter. Können wir da noch was machen? Nein. Achso. Ja, und jetzt. Ach, wie er einfach immer nur in der Gegend rumsteht und so gar keine Infos gibt, was wir tun müssen. Ich springe einfach mal hoch. Ich würde ja gerne sagen, tun wir was ich kann, aber... Naja. An, ein und springen und so. Mr. Wake, würden Sie uns die Ehre geben? Oh, du bist richtig. Wir müssen sie gleichzeitig auf der gleichen Zeit flippen. Bereit? Let's flippen! Achso. Wie sieht nachher das Kleidchen richtig? Bereit? 3, 3, 2, 1, go! Geht doch. Geht doch. So, da wären wir gleich mal garantiert umschalten müssen. Nein, werden wir nicht. Komm, komm, komm. So kann's gehen. Ja, danke. Was war mit dem Switch? Ah, der Switch. Let's go. Ready? 3, 2, 1, go! Alter, bei Null! Alter, nochmal. Ready? 3, 2, 1, go! Ja, find another way. Vielleicht ist es irgendwo ein Switch. Ja, ich seh ihn auch sogar schon. Nur kein Stress. Nur kein Stress. Gut gemacht, Anne. So. So, Anne. Oh, ich hoffe, wir haben es bald überstanden. Ich bin sicher, dass es etwas gibt. Be quiet. Verstehst du, was ein Vergangenheit wie ich für dich tun kann? Nicht interessiert. Stopp' zu sprechen. Du wirst nicht verstehen? Ich bin nicht ausgelöst für hartes Arbeit. Aber ich bin ein Wizard mit Nummern. Oh, ich schreie ausgelöst. Würdest du aufhören? Komm, ich werde alles tun. Ah, ich habe etwas, was du eigentlich tun kannst. Ja, endlich. Was braucht ihr? Shit, ich befürchte, da oben. Der destilliert ihn jetzt. Ja, das ist sinnvoll. Warte, stopp'! Quill! Warum hat er das gemacht? Quill war ein Rebel. Ich denke, er hat ein paar Schmerzen gemacht. Aber trotzdem, das ist kein Protokoll. Wir haben keine Vergangenheit wie das in der Plante. Sie kommen hier, um zu arbeiten. Ich denke, ich verstehe, was du mir wollte. Das ist ein unfaires Vergangenheit. Ich werde das zu Master Bonkou. Wir haben es noch nicht aufgelöst. Komm schon. Ich bin sorry. Quill nicht das verdient. Nein, er hat es nicht. Oh, und ich habe schon befürchtet, wie ich den Kristall gesehen habe, dass Quill da jetzt destilliert wird. Keine Ahnung, was uns noch alles erwartet. Ich möchte mal nachsehen, was da noch ist. Achso. Keine Ahnung, was da noch nicht aufgeholt? Keine Ahnung, was da noch nicht aufgeholt? Keine Ahnung, was da noch nicht immer? Keine Ahnung, was da nochANNig ist. Ahnung. Ahnung. Wollt noch mal aufstehen. Was da noch? machen. Nein, kann ich nicht. Oh je, das ist schon wieder so ein 3-2-1-0-Dings. Oh. Funktioniert aber einiges besser. Wir machen das jetzt immer so. Okay, Vic, bleib vom Spiegel weg. Rini, hallo, ich war, äh, hoffi, dass du deine Runde machst. Ich wusste, dass du zurückkommst. Dann wirst du auch wissen, was ich hier mache und warum die Anführer sind mit mir. Ich kann das nicht, Vic. Vic, was ist passiert? Oh, Vic, du arbeitest hier. Hm, Entschuldigung, gerne einen Schluck, einen Schluck zu mir genommen. Ähm, stimmt das, Vic? Hast du da schon mal geheimlich? Was verheimlichen Sie, Vic? Was anderes hast du von mir geheimlichen? Nichts, Anne. Enough. Warum hast du mich hier drückt? Die Antwort ist genau hinter dieser Tür. Alles wird verändern, wenn du ihr das zeigen möchtest. Ich betiere es. Wir gehen durch diese Tür. Oh. I'm reporting you to Master Bonkou as soon as you do. Sorry, but you're not. Ah! Anne, look, I... I don't want to hear it, Vic. Just show me whatever it is you want me to see. This way. Jetzt bin ich gespannt. Tagebucheintrag. Nach wie vor leer. So, Anima. Hammer genug. You could have told me you used to work here. It wouldn't have mattered. What do you mean? I chose to follow you here. And I chose to trust you. You're right. I should have been more honest with you. I'm sorry. Whatever happens, I want to be your friend. I am your friend. You understand? Vic, what are you going to show me? Rauf oder runter? So, ich bin gespannt. Bisschen Gänsehaut. Was uns noch für Geheimnisse erwarten? Da nichts? Was ist das? Der Kettel ist jetzt verbunden, und die Tauer Anima Reserve ist verabschiedet. Für die Testsache, ich werde ein Steady Supply von 85% über die Baseline brauchen. Also, die Kettel sind. Und? Ich habe dich nicht zu kommen. Ich wusste, dass du hier wahrscheinlich findest. Besonders nach unserer letzte Gespräche. Ich hoffe, dass ich mit dir sprechen konnte, bevor du das gemacht hast. Wie konntet ihr nur? Und sie werden auch kristallisieren. Sie haben ihre Leben gegeben, damit wir gehen können. Warum hast du mir nicht gesagt, dass ich ein Vergütling bin? Du bist ein Mensch, wie ich. Ich habe die Zuberraten, die dir gesagt haben. Ich mache sie als wir sprechen. Nein! Oh! Und was haben wir hier? Die Sache, die sich selbst sagt, Mr. Fink. Du glaubst, dass du in diesen Vergütling bist? An? Es hat es niemals schüttet nichts von dir? Es hat es dir immer gesagt, die Wahrheit? Ich... Anne... Ich liebe dich. Ich liebe dich, dass wir uns zusammen spenden. Ich bin so beschäftigt. Wenn du nach Hause kommst, können wir alles hinterlassen. Und wir sind nur uns. Nein. Das ist zu... Jetzt ist es zu spät. Also, ich meine... Es ist zu spät, Master. Und? Meine ganze Leben. Du hast mich benutzt und liebte mich. Ich weiß dich nicht. Du sagst nicht etwas, was du dich vergleichen. Stopp' das, Master. Du musst verstehen, dass ich das nicht kann. Ich verstehe. Ich verstehe. Master, du sagst mir immer, dass Improvisation eine wertvolle Qualität ist. Das ist ein Ding. Ich verstehe. Schnellen wir das Platz. Okay, jetzt. Das Messer kontrolliert die Schrauben. Ich drehe die Flieger und die Furnace. Takeh'un. Das Knobst wird die Flieger stehe. Ich lebe das alles. Wenn du die Flieger und die Flieger stehe. Anne, hör mal. Wenn du die Flieger stopt, kein Mensch außer einer Tauber hat mehr als Objekt. Anne, bitte! oh mein gott was 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 ist zu tun nobody knows so Ah, Moment. Jetzt sind die Türen. Können wir da jetzt noch irgendwas managen? Ich weiß nicht genau, was wir tun müssen. Aber es fühlt sich nicht verkehrt an. Wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg irgendwie. Nein, sind wir nicht. Jetzt können wir da nicht durch. Okay. Ah, Moment. Schalter. Gut. Ohne Strom sind alle Türen zu. Jetzt müsste die geöffnet werden. Ach so, das sind jetzt die beiden. Wir legen auch gleich mal den Schalter um. Ne, Blödsinn, das war ja der, wir fahren mit dem Lift-Schalter. So, das muss jetzt mal offen bleiben. Eh, alles ist offen. Passt. Nee, bleib doch. And. Da war ja auch noch ein Schalter. Was kann denn der? So, was muss man da jetzt noch machen? Und trotzdem lache ich, weil es geht gar nicht anders. Einfach mal hochspringen. So. Schalter umlegen. Das ist beides das leichtere Rezo. Ich hoffe nur, es kommt nicht wieder irgendwas mit Timing oder so. So, schnell, 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 schnell. Wie schneller wir sind, desto mehr verkauft werden, dass wir uns keine noch mehr freien oder retten fahren. Kein Schmerz. Ach, verschade. Okay, geht sich aus. Hoch, 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 abdrehen. Hoch, hoch, abdrehen. Hoch, hoch, abdrehen. Welche Richtung? Und wie lange? In die andere Richtung? Oh, ich hoffe, dem passiert nichts. Ja, wohin? Okay, war das Richtige? Ich habe keine Ahnung, was ich gebe. Tarn rein. Fig, ich habe eine Idee. Wenn du den Deplitter aufhörst, dann schau dir das Ding auf. Der Deplitter? Okay, ich hoffe, du wirst wissen, was du machst. Das hoffe ich auch. Aber den Hammer ja, muss ich jetzt nochmal hochfahren und den wieder aktivieren. Okay, mach dir ab. Wenn du das machst, du bist nur ein Typ wie sie. Du wirst dich nicht nachvollziehen. Stopp es, dieses Instanz. Ich habe dich in. Ich habe dich in. Du bist der Welt für uns. Was hast du gemacht? Tja. Oh mein Gott. Ja, da ist die Tür. Oh mein Gott. Okay. Ich hoffe das war Wasser, aber er stoppt nicht so. Ich denke nicht so. Ihr, Ihr Wings? Ich meine Wings keine Wings. Komm schon, Anne, du hast Bancu gehört, er hat den Sewer gefunden. Wir müssen gehen. Geh meine Hand! Great. Was machst du? Wir müssen gehen! Was ist falsch? Ich brauche Zeit. Wir haben nicht Zeit für das. Bob braucht Hilfe in Schutz der anderen. Alles ist zurück. Ich bin sorry, dass ich dich durchführt habe, aber ich wusste nichts anderes, um deine Augen zu öffnen. Ich brauche meine Hände. Wir können nicht die anderen aufbauen. Bitte kommen Sie mit mir. Wir brauchen Sie und Ihre Arka. Jeder will etwas von mir. Ich brauche Sie zu sein. Bancu hat wahrscheinlich bereits... Du hast alles aufbauen. Können wir das später machen? Du wirst nicht mehr wissen, wer ich bin. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Ever seitdem du mich durchführt hast, hast du nur über dich selbst gedacht. Anne, hör auf. Du bist genau wie alle anderen. Du sagst nichts, um mich zu machen, was du willst. Du hast keine Ahnung, was du machst oder was du machst. Du bist ein dummer, soullessiger Götling. Anne, bitte, lass das nicht gesagt. Lass mich allein. Geh was du tun musst. Aber ich muss gehen. Bye, Anne. Big. Big, warte! Komm zurück, Big. Ich bin sorry, ich habe es nicht gesagt. Big! Ich glaube, es war ein Fehler, dass ich nach links... Ich bin ein kleines Stückchen nach links gegangen und dann war diese Szene getriggert. Wäre es anders verlaufen, wäre ich nach rechts gegangen. Also sagte ich, take my hand. Gut. So oder so, mit der Entscheidung müssen wir jetzt leben. Wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba. Du hast du eine Forschung. Ich bin draußen. Karma. Du hast du da, was du da? Vielen Dank.